Dann hat der Mathis gewonnen mit dieser Runde, auch der Mathis ist weiter. Jetzt kommen die nächsten beide. Und dann haben wir Herz und Josef. So, auch für euch geht's auf die Plätze. Fertig, los! So, wer noch mitmachen, mal schnell kann sich hier vor den... ...melden. Ich denke, wer keinen Weg bei hat, die Kinderlein ist vielleicht auch mal raus. Für den kürzigen Neuanfänger können sich hier vorne melden. Auch die beiden sind gut unterwegs, ohne Schurz. Ja, gerne, gerne. Super! Hier habt ihr unten den Bild. So, als nächstes haben wir zwei Mädels. Das ist der heiße Draht. In deutsch heißer Draht. Heißer Draht. Das sieht so einfach aus. Aber ich glaube, nicht so einfach ist das nicht.